Herzlich willkommen bei Urknall Weltall und das Leben. Betay Goitza hat wieder von sich Reden gemacht. Das ist der Hauptstern im Sternbild Orion. Erst hat er sich ja verdunkelt vor einigen Jahren. Jetzt gibt es eine neue Publikation, die die Community so ein bisschen in Wallung versetzt hat. Denn die Frage ist, könnte dieser Stern doch viel früher explodieren oder ist er vielleicht sogar schon explodiert? Da schauen wir mal genau drauf. Viel Spaß! Ich zeige euch erstmal, wie Betay Goitza am Himmel aussieht. Dieses Laserbild wurde von Tankred Schmidt aufgenommen. Wir hatten das auch bei Stern und Weltraum verwendet in der Januar-Ausgabe. Auch damals ging es um ein interessantes Thema von Betay Goitza. Wir sehen ihn nämlich ganz auffällig in diesem Composite. Es wurden der Nachthimmel und die Stadt mit verschiedenen Belichtungszeiten hier aufgenommen. Und den Stern, den es sich dreht, den sehen wir hier, einen Schulterstern. Dieser Figur, das ist ja hier Jakob-Stab, der Gürtel, die Beine. Orion-Nebel befindet sich hier auch in diesem Sternbild. Und das ist ja eine mythologische Jagdfigur, die aus der griechischen Mythologie kommt. Betay Goitza ist wunderbar als roter Stern zu sehen. Und das war nicht immer so. Vor etwa 5000 Jahren war er gelb, sah aus wie die Sonne. Das war das Thema damals in dem Artikel. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Sachverhalte um Betay Goitza. Die Farbänderung, die sehr interessant ist. Er gehört zu den hellsten Sternen am Himmel, die wir sehen können. Er verändert auch die Helligkeit. Und das war zum Beispiel auch ein Thema Ende 2019, Anfang 2020. Denn die große Frage war, was ist da los? Die erste Hypothese war natürlich damals, dass er vielleicht auch bald explodieren wird. Und dass das die ersten Anzeichen davon sind. Aber das wurde dann ganz anders erklärt. Bevor ich euch diese Details nochmal kurz zeige, schauen wir vielleicht mal auf die Eigenschaften und auf so ein paar Daten von Betay Goitza. Betay Goitza ist ein roter Überriese, Alpha Orionis genannt. Er ist 650 Lichtjahre entfernt, ungefähr. Das ist ein recht großer Stern mit 16 bis 19 Sonnenmassen. Und er ist auch räumlich sehr groß. Die Größe übertrifft deutlich die Sonne. Wir reden da von 760 Sonnenradien. Wenn ihr das mal umrechnet, kommen wir da auf einen Abstand von 3,5 astronomischen Einheiten. Das heißt, würden wir da Betay Goitza in das Sonnensystem, in das Zentrum setzen, würde er fast bis zur Jupiterbahn reichen. Typisch für seine rötliche Farbe ist ja, dass die Temperatur dann eher geringer ist. Wir haben ja ungefähr 5500 Kelvin bei der Sonne. Die erscheint gelb. Und die Effektivtemperatur von Betay Goitza ist deutlich darunter, 3600 Kelvin. Deshalb sieht er eher so rötlich aus. Die scheinbare Helligkeit variiert von 0 bis 1,6 Magnituden. Und außerdem haben wir Bilder von diesem Stern, die wir uns angucken können. Hier rechts unten zu sehen, eine echte Aufnahme von dem Stern. Weil er eben doch nicht so weit entfernt ist und die Großteleskope mittlerweile doch sehr stark vergrößern, konnte man hier mit dem Instrument Sphere am Very Large Telescope, dem VLT in Chile, das Bild rechts unten aufnehmen. Die Verdunklung von Betay Goitza seht ihr hier, sehr gut dokumentiert, mit Aufnahmen von der ESO. Die wurden also vom Januar 2019 ganz links bis zum März 2020 aufgenommen. Und mit bloßem Auge sieht man schon, dass da einiges passiert. Die Form verändert sich von einem Stern und auch die Helligkeitsverteilung. Und das ist genau der Punkt gewesen. Man konnte also tatsächlich beobachten, wie die Helligkeit sich verändert innerhalb von wenigen Wochen. Diese Geschichte war natürlich dann schon ganz erstaunlich. Man hatte dann das aber sehr einfach erklären können. Was wir hier sehen, ist nicht nur direkt die Sternoberfläche, sondern auch die nähere Umgebung. Betay Goitza ist recht aktiv. Er bläst Staub in den Weltraum. Und manchmal kann es eben vorkommen, dass zwischen uns als Beobachter und dem Stern, der die Strahlung erzeugt, genau diese Staubwolken sich befinden und dann für eine Verdunklung sorgen. Das ist eben die mittlerweile anerkannte Meinung zu diesem Vorgang, dass also hier Staub dafür gesorgt hat, dass Betay Goitza verdunkelt wurde. Danach wurde es für einige Zeit ruhig. Und jetzt gab es eine Publikation, die für Aufsehen gesorgt hat. Was man auch schon längere Zeit weiß, Betay Goitza pulsiert. Damit ist gemeint, dass dieser Riesenstern tatsächlich radiale Schwingungen durchführt. Das bedeutet also entlang der Richtung des Radius, er wird größer und er wird kleiner. Und worüber sich die Fachwelt einig ist, sind die beobachteten Perioden dieser Schwingungen. Die betragen nämlich etwa 2200 Tage, 420 Tage, 230 Tage und 185 Tage. Das heißt, wenn man über diese längeren Zeiträume, zum Teil ja Jahre, da hinschaut, sieht man eben ein periodisches Verhalten, was sich auch in der Helligkeit von Betay Goitza widerspiegelt. Hideyuki Sayo hatte jetzt mit seinem Team eine neue Publikation veröffentlicht, die ihr auch in der Videobeschreibung finden werdet. Und sie bringen jetzt eine neue Interpretation für diese beobachteten Perioden ins Spiel. Sie sagen, die Fundamentalperiode für diese radiale Schwingung soll diese Periode mit 2200 Tagen sein. Und sie interpretieren das so, dass sie das mit dem Kohlenstoffbrennen in Verbindung bringen. Das bedeutet, wir haben ja bei so einem massereichen Stern wie Betay Goitza alle möglichen Fusionsprozesse im Inneren am Laufen. Ihr kennt das ja, dass es so ein Zwiebelschalenmodell gibt und dann verschiedene schwere Elemente fusioniert werden im Inneren. Und insbesondere wird jetzt diese Periode von 2200 Tagen in Verbindung gebracht mit dem Kohlenstoffbrennen. Das heißt, Kohlenstoff, der fusioniert wird, stößt in dieser entsprechenden Schale die Schwingungen an. Und das soll die entsprechend zugehörige Periode sein. Die anderen genannten Perioden, die deutlich kürzer waren, werden als Obertöne interpretiert von dieser Fundamentalschwingung. Das bringt mich dazu, etwas zu den Brennzyklen zu sagen. Denn bei den extrem massereichen Sternen mit einigen zehn Sonnenmassen kann ja als die schwersten Elemente im Inneren dann Nickel, Kobalt und Eisen fusioniert werden. Das ist dann bei dem Brennzyklus von dem Siliziumbrennen die Rede. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass da zwei Siliziumatomkerne zusammenstoßen, miteinander fusionieren. Vielmehr ist es so, dass immer wieder Helium-4-Atomkerne angelagert werden und das nach und nach dazu führt, dass sich Silizium in Nickel, Kobalt und Eisenatomkerne verwandeln. Das geht nicht weiter. Das liegt daran, dass dann diese Lichtteilchen einfach dafür sorgen, bei diesen extremen Temperaturen auch, die es dann mittlerweile erzeugt, dass diese schweren Atomkerne sofort wieder zerschlagen werden. Der Fachbegriff dafür ist die Fotodisintegration. Und deshalb ist es nicht möglich, noch schwere Atomkerne auf diese Art und Weise zu erzeugen. Das Siliziumbrennen, was am Schluss dann auch abläuft, dauert ja nur wenige Tage bis Wochen bei diesen Supersternen. Und was bei dem Kohlenstoffbrennen zu sagen ist, dass das natürlich eine Vorstufe ist. Das ist eher auf einer Zeitskala von Jahren dann anzusiedeln. Und was jetzt hier die Yuki Sayo und sein Team gemacht haben, seht ihr hier rechts in dem Bild. Also erstmal, was sieht man in dem Diagramm? Wir sehen den Anteil von dem Material in Massen. Das bedeutet, die komplette Masse wäre sozusagen, das ist ja eine dimensionslose Zahl, wenn ich sage hier 1, dann steckt die komplette Masse da drin, 0,8 wären 80 Prozent und so weiter. Und wir sehen hier, dass diese Massenanteile natürlich jetzt variieren mit der Zeit. Und zwar, was hier aufgetragen ist, ist die Zeit bis zum Kollaps in Jahren. Wir sehen das hier für die verschiedenen Brennzyklen von Wasserstoff, Helium, Kohlenstoff in Rot, Stickstoff, Sauerstoff, Neon und Silizium. Und wir sehen eben, das ist eine logarithmische Darstellung. Das bedeutet, wenn wir 10 hoch 0 den Logarithmus bilden, ist es ja die 0. Das heißt, das wären dann sozusagen hier die einzelnen Jahre. 10 hoch 1 ist der Logarithmus 1. Da reden wir von Jahrzehnten, das wären Jahrhunderte. Also bei der 5 wären das entsprechend 100.000 Jahre. Und bei minus 5 wären das 10 hoch minus 5 Jahre. Das heißt, hier haben wir die kurzen Zeitskalen und da links haben wir die langen Zeitskalen. Was jetzt hier zu sehen ist, dass der Kohlenstoff, das Kohlenstoffbrennen hier auf einer Zeitskala dann von Jahrzehnten sozusagen dann endet. Und was jetzt eben hier die Interpretation von Sayo et al. war, dass diese längste Periode von 2200 Tagen angestoßen wird durch das Kohlenstoffbrennen. Und wir sehen ja hier, dass diese Linie hier bei eben 1 im Prinzip dann endet. Das bedeutet, es sind nur noch, wenn dieser Zyklus zu Ende geht, dann hat im Prinzip der Stern noch etwa 10 Jahre zu leben. 10 hoch 1 Jahre, also bei 1 wird die Achse geschnitten. Und das bedeutet eben, wenn wir diese Interpretation von Sayo et al. annehmen, also sprich die beobachtete Periode in Zusammenhang setzen mit dem Kohlenstoffbrennen. Und wenn wir dann weiter dem Argument folgen und sagen, diese Modelle, die hier gerechnet wurden, Sternmodelle in Eindimensionen, denen können wir vertrauen, dann müssen wir sagen, Beta-Geuze steht kurz vor der Explosion. Als das Paper veröffentlicht wurde, es ist auch nach meinem Wissenstand immer noch nicht in dem The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society erschienen, M-N-R-A-S, das ist dort eingereicht. Ihr findet aber das Papier auf dem Archive. Hier ist die entsprechende Nummer, um das Paper zu finden. Wir werden es aber auch nochmal in die Videobeschreibung mit reinnehmen. Kurz danach gab es natürlich schon Kritik. Zum Beispiel einerseits die Frage, stimmt diese Interpretation mit den Pulsationsperioden? Der muss man natürlich folgen, weil das war in der Form neu. Dann weitere Kritik ist eben, dass die Berechnungen, die durchgeführt wurden für die verschiedenen Brennzyklen, mit 1D-Sternmodellen, also eindimensional gerechnet wurden. Es könnte eben sein, dass mehrdimensionale Effekte eine Rolle spielen und dann das Ganze modifiziert werden muss. Das Gute ist natürlich, wir werden in wenigen Jahren bzw. Jahrzehnten wissen, ob das Ganze stimmt. Denn wenn er nicht explodiert, dann muss irgendwas modifiziert werden. Vielleicht kommen wir nochmal an der Stelle auf die Supernovae zu sprechen. Wie ist es überhaupt mit unserem Milchstraßensystem? Wann gab es die letzte Supernova? Wie viele Sternexplosionen finden da überhaupt statt? Das seht ihr auf dieser Folie. Und zwar weiß man aus verschiedenen anderen Studien, zum Beispiel kann man Aluminium-26 hernehmen. Das war damals eine Nature-Publikation. Und aufgrund der Häufigkeit dieses Materials, das ist also ein spezielles Isotop von Aluminium, Aluminium-26, wenn man annimmt, das wird ja aus solchen Supernovae erzeugt. Und man kann zum Beispiel mit Gamma-Beobachtungen in der Gamma-Astronomie, kann man die Häufigkeit dieses Materials in der Milchstraße bestimmen. Und so kann man im Prinzip, wenn man ein Modell hat, wie viel Aluminium hergestellt wird in der Explosion, kann man so auf die Supernova-Rate schließen. Und die beträgt eben zwei bis drei massereiche Sterne explodieren pro Jahrhundert, pro Galaxie. Das heißt, seit ungefähr 1600 müssten eigentlich, wenn wir mal die obere Grenze nehmen mit den drei Explosionen, vier Jahrhunderte, vier mal drei gibt zwölf, es hätte eigentlich schon zwölf Supernova-Explosionen geben müssen in unserer Heimatgalaxis. Das ist aber eben nicht der Fall. Die letzte war eine Typ 1a Supernova, also eine Explosion eines weißen Zwerges. Und die wurde wirklich auch mit bloßem Auge beobachtet im Jahr 1604 und wird Kepler-Supernova genannt. Es gab weitere Explosionen in der Milchstraße, die aber nicht mit bloßem Auge zu sehen waren. Also diese hellen Explosionen fürs bloße Auge, da muss man sagen, die sind längst überfällig in unserer Heimatgalaxis. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wirklich Beta-I-Geuze explodiert, was sind die Konsequenzen für die Beobachtung der Astronomie, für andere Bereiche in der Astrophysik und vor allem, ist das Ganze gefährlich für uns? Wie gesagt, Beta-I-Geuze ist ungefähr 650 Lichtjahre entfernt. Wenn wir jetzt davon reden, dass er auf einer Zeitskala von nur zehn Jahren explodieren kann, dann ist es nicht von der Hand zu weisen, dass er vielleicht schon längst explodiert ist, diese Information der Explosion auf dem Weg zu uns ist. Wir wissen das natürlich erst 650 Jahre später, weil diese Explosionsfront, also das Licht, was davon ausgeht, braucht ja 650 Jahre, um sich bis zu uns zur Erde auszubreiten. Wenn das passiert, sagen dann natürlich die Modelle, wird aufgrund der erwarteten Helligkeiten von Sternexplosionen dieser massereichen Sterne ist zu erwarten, dass Beta-I-Geuze eine scheinbare Helligkeit haben wird, die vergleichbar ist zwischen der scheinbaren Helligkeit von Venus und Mond. Also das müsst ihr euch mal vorstellen, das hellste Objekt am Himmel ist die Sonne, das zweithellste Objekt ist der Mond und das dritthellste Objekt ist die Venus. Und wenn Beta-I-Geuze wirklich hochgeht, dann wird er so hell sein wie eine Helligkeit, scheinbare Helligkeit, vergleichbar zwischen Venus und Mond. Wenn also dann das Sternbild Orion am Himmel aufgehen wird, haben wir eine wahnsinnig helle, störende Lichtquelle, die natürlich dann auch viele Beobachtungen in der Astronomie stören wird, sowohl Amateure als auch die Profis. Natürlich klingt mit der Zeit diese Helligkeit ab, aber das wird erst mal einige Wochen und Monate stören. Das ist sozusagen der eine Punkt, das wird eine Störquelle sein, aber natürlich ist das Ganze sehr interessant für die Gravitationswellenforschenden, denn es wurde bislang nicht beobachtet, wie eine Sternexplosion hochgeht. Supernova-Explosionen sind asymmetrisch, das ist ja der wichtige Punkt, das ist keine kugelsymmetrische Explosion, sondern es gibt Vorzugsrichtungen. Und damit einher geht eben auch die Emission von Gravitationswellen. Es gab sogar schon vor Jahrzehnten erste Berechnungen, wie das Ganze aussehen soll. Ich hatte das auch in meinem Buch, Zehn Dinge, die Sie über Gravitationswellen wissen wollen, dargestellt und hatte ein Beispiel einer Gruppe von Max Planck, das wird für Astrophysik, Dimmelmeier et al., hatte ich reingenommen. Das Ganze muss man sich vorstellen, es ist dann kein Chirpsignal mehr, wie bei zwei schwarzen Löchern, die umeinander kreisen, oder zwei Neutronenstellen, die umeinander kreisen. Das ist auch bei den Gravitationswellen so, dass wir erstmal so einen richtigen Ausbruch haben, das heißt, die Raumzeit wird kräftig erschüttert von der Gravitationswelle, dann gibt es so ein paar Nachschwinger und das Ganze hört schon wieder auf. Die Theorie sagt, dass so eine Supernova-Explosion eine Gravitationswelle erzeugt, die eine Frequenz von ungefähr 1000 Hertz hat. Natürlich verändert sich im Verlauf dann auch diese Frequenz. Diese Frequenz ist deutlich höher als das, was man von den stellaren schwarzen Löchern kennt, die ja ungefähr bei 200 Hertz sind, aber 1000 Hertz sind noch sichtbar mit den aktuell aktiven Gravitationswellendetektoren LIGO, Cagra, Geo 600. Das heißt, das Ganze und Virgo in Italien natürlich. Das heißt, mit diesen Gravitationswellendetektoren sollte man die Explosion von Beta-Geo zu sehen können, nicht nur elektromagnetisch, sondern eben auch mithilfe von Gravitationswellen. Das wäre natürlich ein Wahnsinnsdurchbruch, weil es noch nie bislang gelungen ist. Weiterhin könnte man natürlich mit solchen konkreten Beobachtungen auch Explosionsmodelle testen. Also stimmen diese einfachen Modelle der Gravitationswellenemissionen, aber stimmt auch das, was man glaubt, was in so einer Supernova passiert, in einem kollabierenden Stern. Hier werden wir dann vollkommen neue Daten haben für die Astrophysik. Ein letzter Punkt wird das Ganze gefährlich sein. Auch da gab es jetzt erst eine neue Publikation von Thomas und Yelland. Würden wir auch gerne dann reinnehmen in die Videobeschreibung. Und zwar hatte ich ja gesagt, Beta-Geo zu ist 650 Lichtjahre entfernt. Hier kommen die Autoren zu dem Schluss, dass die kritische Entfernung bei 60 Lichtjahren liegt. Das bedeutet, ist diese Explosion 60 Lichtjahre entfernt oder näher, dann müssen wir uns Sorgen machen. Für Beta-Geo zu ist es dann zum Glück zu weit entfernt, als dass uns dieser energiereiche Strahlungsblitz dann gefährlich werden könnte. Wir können also dann das Schauspiel in Ruhe verfolgen. Hätten natürlich dann das Problem, dass auf jeden Fall der Nachthimmel eine weitere störende, relativ helle Lichtquelle hätte. Also zwischen Venus und Mond, wie gesagt, ist die Helligkeit. Das Ganze ist natürlich jetzt die Frage, wird das wirklich passieren? Aber diese Publikation hat jetzt erneut das Interesse geweckt an Beta-Geo zu. Und an der Frage, wird er bald explodieren? Und wir werden es in den nächsten Jahren wissen. Vielleicht müssen wir doch noch Jahrzehnte warten. Aber ich finde es unheimlich spannend, wie dann doch das Blatt sich wenden kann, wenn man diese Forschung verfolgt. Also wir bleiben natürlich dran. Und sollte er bald explodieren, dann werdet ihr es natürlich erfahren auf Urknall, Weltall und das Leben. Bis bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017